ja hä? hast du? nee, sonst will ich nicht 3 zu 1 sein, du blöder Frücker ach, hab ich nicht gehört komm, was ist da jetzt so ach, voll jo leute und damit willkommen zurück zu live in the woods mit dem flash mit centus hallo oh bambus verfolgt mich fuck mein Inventar ist voll hab ich gemerkt vor allem wie instant das wieder nachwächst ja sicher jetzt kann ich noch wegschmeißen da rein, haben wir noch irgendwo Platz für mich da paar Sachen loswerden so, was machst du denn heute weiter ich mach auf jeden Fall das Haus weiter ja, ich kann jetzt die restigen Felder für den machen äh das sollte jetzt reichen sollte sollte ähm hop hier hast du vier Eisen jetzt hast du sieben jetzt hast du sieben so ein netter Mensch bin äh ich bin ein richtiger netter Mensch geworden äh ich weiß nicht, mach ich das mit Carpenter Carpenter Carpenterblöcke, wie gingen die nochmal Sticks da geht auch Bombos und ein Holzblock, okay das ist ja nicht schlimm machbar äh äh ja was ist was ist was ist ne ich dachte für irgendwas okay mit Shader sieht schon mit Shader sieht schon geil aus ja so ich muss eben nur die Lautstärke ein bisschen anpassen welchen habe ich denn jetzt drinnen okay ah ja dass rig�이 guck mal, sich das durch die Empfindlichkeit der Maus ein bisschen runter nehmen das ist zu schnell zu langsam oder das denke ich ein bisschen hülzfarben bisschen hülz so so vollgefressen bin ich es wird schon wieder dunkel ja ist ja nix neues da hinten waren die fehler noch die gefehlt haben okay und hoffentlich reicht das würde ich setze ich den nächsten mal wieder falsch so wenig wie das nichts neues ist das war doch klar das ist blöd wenn man den taskmanager minimiert und mit der maus nach unten öffnet er sich mit dem shader leuchtet jetzt mit dem shader die torches leuchtet sich aber auch wenn es so langsam dunkel wird umso heller wird dann die torche in der hand das übertriebene feld soweit fertig erst mal die ecken zu machen denn mal ein bisschen ernten alles das noch zu schlafen gehen ja schlafen ich habe kein bock ich habe gerade kein bock zu schlafen da war doch dein bett ja aber ich muss ja ich wollte mein essen erholen komm komm ey hat sich jemand an mein essen bedient hallo nein klar hier fehlen siebenfleisch nein doch nein ich wollte schön mein essen beraten da glaubt mir jemand mein zeug nicht von denen siebenfleisch wo ich zwei stück von gegessen hab hacket wohl ger hacket doch voll hacket doch voll hacket doch voll ich weiß dass du kackefull bist ne kackefull bin ich nicht doch hacket full bin ich hacket voll ja hier sind noch garbische die kann ich nächstes mal klauen so das 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 vielleicht habe ich kein platz wieder war ja klar das ist ja nichts neues bei dir wie immer vorbei nervig ach dein rucksack das 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 ja ich habe müssen im winter aber ich brauche ja nicht in den rucksack schmeißen hallo was ist das hier so das das dann nehmen wir mal jetzt alles auseinander machen ziehts draus fitz sonst wo wir sitz wir besitzen von ice age das so klar aber irgendwie habe ich die befürchtung mit feller reichen nicht doch die reichen erstmal doch die reichen erstmal ich meine um alles anzupflanzen ja muss ja nicht übertreiben hm du musst es ja auch nicht übertreiben klar übertreiben ich habe überlegt so ein weinberg zu bauen einfach nur mit wein da zum weinberg die tomaten schon gefunden die man nur mit ähm ne haben wir noch nicht ähm ne haben wir noch nicht raucht tomaten naja auch wieder Müll hm geh ruhig ich kann nicht gehen das noch zuzid glaub ich nicht doch du kannst weizen zuzid machen ok das ist schon mal gut brauchen wir sowieso ein bisschen was von ist das hier Sand oder was ist das Sand besonders wenn wir Tiere haben ist das alles äh das 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 die 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 ne 1 2 3 4 5 6 7 7 8 so je mehr ich abhacke desto mehr bäume kommen hin weil die sich selber anpflanzen ich glaube wir setzen sich selbst hoffen wir mal das ist der schatten der volk die ganze zeit ist auch ein fitter schatten der ganze karte stimmelt ja habe ich nicht hippo hippo was war das 26 felder wegfressen die kirchen das sagen sie alle drei eisen aber ich kann zwei eier kommen das meister so ja wieder überlegt machen lassen warum so aber es von der kiste nur für zieht es gemacht das ist ja genug da los das mäßte dann hier rum er ist einfach ein bisschen der ziege oder 67 okay okay machen wir das mal so durchziehen ich glaube ein langes fest What? Keine Holz mehr! Oder Mist. Ähm. Zwei. Die stehen also da nicht. Da noch ein Fenster hin. Hier vielleicht die Treppe. Okay. Die Kaktus-Hochzits gehen da doch schon mal nicht. Ne, die muss auf Sand fließen. Die gehen nur auf Sand. Okay. So. Das wird ja schwer dunkel, ne? Ja, ein bisschen nervig, oder? So. Hä? Ist schon ein bisschen nervig, dass es immer dunkel wird. Problem, wo brauchst du noch? So. Ich hab bereits noch Glas und Sand. Sand hab ich aber da hinten gefunden. So. Dann die hier noch. Hauptsache nicht übertreiben, ne? Hä? Hauptsache nicht übertreiben. Nein, mach ich doch gar nicht. Ich doch nicht. So. Dann haben wir erstmal genug. 2, 3, 4. So. Das kommt besser als jetzt. Ja, jetzt wird es schon wieder wirklich dunkel. . So. Was machen wir? Den, 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 den. Ha, ha. Ich hoffe, du hast mal genäht an. Weil ich hab's nämlich nicht. Ne, wie du dann sprich mir da alles verwendest. Jo, was soll ich den grad machen? Ich hab warten, dass der... ... um blinden das. Ich hab das ja dann... Glas für die. sand nicht ich kann gerade auf den namen sand nicht so dass du es behindert oder so die frucht geben müssen wir halt auch extra dafür machen hätte man ein bisschen mehr platz spiel wenn man in diesem compost pot ich mal autos und das ist das auto system wieder oder ein zweck nach anderen dann nimmt er über verschiedene mal raus was will zu schlafen gehen schon wieder gleich die nacht ausschalten immer wieder alles voller löcher weißt du doch normal was in der see dahinten der ist neu das ist ein naturwunder dessen gerade entstanden mein kopf hat auch gleich neues loch hier oben sind auch mal zwei bärenbüsche mal gucken ob man den compost mit mit filtern oder so befüllen kann oder mit mit den hoppern dass er unten raus zieht und an der seite wieder reinpackt gleich wird wahrscheinlich gehen ein bisschen einfacher also nicht so viel was ich alles per hand man kann also automatisch machen es wird wahrscheinlich auch mit den pipes klappen wahrscheinlich dass du von hinten reinführen kannst und von unten raus es kommt so kapital treppend stück ok jetzt mal wieder ein bisschen holz ich gehe mal wieder mitten im dschungel erstmal einen fetten baum ab klatschen das ist noch nicht mein dschungel aber neuer ja aber da sind schon nice bäume bei das sind nicer dicer bäume ja auch so ein nicer dicer baum die klein mini bäume geil blätter abgebaut was kommen wir entgegen ab das ist ein bisschen fläche schaffen hier bisschen einiges zu tun aber wenn fläche schaffen kommst du aber nicht weiter muss er einiges tun ich weiß fläche schaffen ist ja in dem sinne räume werden hier hinten aber so kriegen wir ein weinwerk bauen kann man den wein herstellen ich guck mal nach wein was gibt es denn hier noch ich weiß nicht ich gucke mal wenn man wein herstellen kann Wein ne wein gibt es nicht schade gibt es bier boah es gibt ne es gibt watt bier nice deswegen dementsprechend wir brauchen auch speziell felder dafür schon eine brauerei bauen man zu bauen mit patschen du kannst gleich einen halben getränke markt damit aufbauen das ist halt das problem wir haben auch so viele setzlinge felder die ich gemacht habe reichen noch nicht mal für alle aber wenn du wenn du jetzt hast das leckt gleich ne das liegt daran weil ich wieder Geld die mit independent die die mit